Willkommen zurück! Alles klar! Bam! Äh... Bam hab ich gesagt! Genau! Ich lauf schon mal vor, gell? Gut, das klappt nicht so, aber... Die Musik, ich find die so komisch! Oh mein Gott! Ein Schritt weiter! Alle stehen an der Klippe! Nur Link der Peter geht noch einen Meter! Ha, 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 ha! Na los! Ja, öffne! Genau! Oh nein! Hier ist nochmal so ein Scheißraum! Alter, hab ich jetzt Bock auf die Kotze! Sogar mit Wind! Und... Oh, wunderschöne Scheiße, Mann! Das wird wieder gleich Aufregung geben! Herz, Herz! Wegen euch, Mistgeburt, hab ich mein Herz verloren! Das gibt eine Strafe! Ähm... Äußerst logisch! Ich muss wirklich sagen! Es ist... Oh, Scheißinger! Getäub' ich dich eben! Das ist weg nicht! Bis hierhin, bei ständig von nicht! Und hoch! Boah! Und... Ha, ha! Ja! Ich hab' ich... Oh, klar! Klar! Ey! Es ist wieder einfach geil! Einfach geil! Verfickt nochmal, Mann! Verfickt nochmal! Ah, da schreck' mich nicht aus! Alles cool! Na toll, ich hab' wieder diese komischen Halsschmerzen, Mann! So komisch brennt! Oh, klar! Du Scheißbombe! Yo! Seid doch alle gegen mich! Mann! Fick dich! Mein Gedanke in Ruhe ist! So! Nur Scheißern! Bam! Back to the future! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Toll! Toll! Nur so'n Trank! Ey! Ist ja schon schön hier! Fuck das Shit! Ich geh' hier lang zurück! Leck mich! Mann! Hab' ich den geil ignoriert! Hä? Diesmal hab' ich nicht so Lust gegen so'n Arschloch! Was? Ich hab' ich gebeten! Was war das hier? Ja! Es war in dem Tempel mit diesen Dingen! Gut! Ähm! Transportier mich doch rüber! Los, du treues! Ich stühle! Ich stühle! Lust so groß wie Bronto sauf ist wie mein totes Wagen! Ich hab' kein Todbild hart und fest wirst du verriegelt! Wie zum Teufel komm' ich auf so ne Kacke! Ich spiel' jetzt Bilder und sing' Dance of the Man! Fahm! Eat this, you son of a fucking bitch, man! Wartet! Es ist mein Geld! Ja! Wartet! Es ist mein Geld! Mhm! Ist schon klar! Ist schon! Ist schon! Da wird mir alles klar! Nicht aufregen! Alles ist okay! Geil! Die Bombe bleibt in der Luft stecken! Ist doch gut jetzt! Ist doch gut jetzt! Ähm! 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 Achso! Wie schlecht! Das ist ne Überlegung! Ich muss das ja jetzt erstmal da hinkriegen! Denn die Reichweite reicht ja locker dafür! Yeah! Ähm! Ähm! Äh! Ähm! 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 Mach jetzt! Jey! Ähm! Bis zur Unendlichkeit noch viel weiter. Los, 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 los. Zieh, du Tier. Jawohl. Gib mir alles. Los, jawohl, geil. Ja, toll, super machst du das. Toll, immer. Super, echt toll. Und jetzt gibt uns das ja einen Hinweis. Eins, drei, zwei. Möbel nicht. Ich habe jetzt erst mal Bumpen da rein. Den natürlich will man nicht reichen. Oh, Mann. Mach den Wein auf, ey. Es gibt was zum Anstoßen. Du Möbel. Naja. Ich komme auch echt zu gar nichts. Ist okay. Boah, jetzt muss ich den Scheiß zentrieren. Okay, ich war schuld. Ja. Ich mache alles von dir. Ich habe jetzt keinen Bock auf den Kack. Gut, ich war zu schnell. Scheiße, das schmerzt, Mann. Du bist die Eins. Jo. Das ist auch gut. Habe ich kein Problem mit. Eins. Zwei. Äh... Da habe ich auch kein Problem mit. Alles okay. Zwei. Du bist die Drei. Fühlt sich, du willst, du willst die Drei sein. Ist hier unten noch irgendwas Tolles? Oh, die muss ich ja noch holen. Dann komme ich da. Die hole ich noch. Keine Angst. Ne, ich meine jetzt eigentlich... Ach, da muss ich ja gleich... Kommt ja gleich. Erst muss ich ja den Schlüssel übereinander raus. Genau. Eins nach dem... Ach, daneben so rum. Ist mir auch egal, Mann. Gut. Und es wird Zeit, meinen ersten Trank zu benötigen. Verdammt, ich könnte jetzt schon kosten. Warum ist es mal so, mal so verdammt noch mal? Ähm. Sehr gut. Das ist ein Arschloch. Habe ich schon mal hingekriegt. Äh, warum ist es jetzt mit dem? Alles klar. Ich werde nicht weit jetzt eh wieder. Cool. Steh schnell. Oh, Mann. Oh, Kacke. Nach hinne. Hä? Jetzt war es zum Beispiel die Richtung. Alter. Alter. Was? Ey, Mann. Wie ich bei sowas kotzen könnte. Ich hasse es. Wenn ich es nicht... Ich bin wie ein scheiß Behinderter, Mann. Aber egal. Ich hab's geschafft. Oh, yeah. Der Master Key. Das geht so gut. Du hast einen Furz aus der Kiste geholt. Ey, das ist doch der geilste Schlüssel von allen, oder? Einfach geil. Ja, boah, ey. Lauf. Laufschlampe. Ich muss jetzt eh wieder gegen so ein Arschloch kämpfen. Das war mein Erseber. Fick dich da hinten. Lester, mein Laser kommt überall hin. Hätte ja auch sein können. Äh, link, du Spaß. Ich hab das Ganze gerade gemacht. Ungefähr so. Ganz gerade. Gut, und jetzt leg ich die Fremde in die Auge an. Ja. Scheiße, ich hab's nicht trau' bei den Arschlöchern. Ach, nö. Jetzt kommt ja dieser Hindernis-Parcour hier. Ja, alles klar. Schaff ich das? Ja, schaff ich. Ja. Das schaff ich nicht. Und los. Mann, ohne Fehler. Hab ich gar nicht erwartet von mir. Egal. Geil. Kiste holen. Du Trattel. Hier ist die Leiter. Vier Pixel weiter links, Link. Entschuldigung. Darum ist ein Skorpion. Spider-Man-Double. Äh. Ach so, das ist ja wohl wahrscheinlich dann auch irgendeine Abkürzung. Du, Halsmaul. Ich bin zum Kotzen. Ich weiß. Scheiß. Blocken. Ich hab's immer gekonnt. Was für ein Glück. Gut, war. Doch, das ist Skorpion, oder? Scheiß drauf, ich will es nicht wissen. Alter, ich dachte, der springt dann tot. Die Hebel sind unten. Speichern muss ich ja nicht im Tempel. So, jetzt wird's nochmal ganz kacke. Aber die Tempel sind cool. Keine Idee. Äh, mach hinne. Ich hätte gerne eine bessere Kamerasicht. Ja, passt ja so. Ja, das war doch ganz gut, oder? Eigentlich kann ich ja jetzt in den Raum. Es sei denn, hier ist noch irgendwas. Hab ich noch was verpasst hier? Außer so ein Arschloch. Nee, ist hier ja jetzt nicht. Weißt du was? Ach so, da hab ich schon gar keinen Bock, ey. Bäm. Noch irgendwas hier? Nein. Warum kommt mir das hier so komisch vor, die Stelle? Zeig mal her. Mann, der Tempel sieht ziemlich erledigt aus, oder? Eigentlich könnten wir hier jetzt rein. Bam! Edith. Schmucke. Es kommt mir so vor, als müsste ich noch irgendwas erledigen. Naja, ich speichere mal. Irgendwann kann ich ja auch mal speichern. Nach draußen. Klar, ich geh jetzt nach draußen. Pfff! Huh? Ach, fick dich! Zinogebiete! Oh, sich zum ersten Mal! Dieses große Tor ist versperrt! Oh mein Gott! Es scheint einen schönen schönen Raum zu füllen! Spast! Tabato! So. Ähm. So. Dann eben so. Was zum... Ganz präzise. Puh. Äh. Doch so, oder was? Oder so. Dreh's mal so, Link. Nein. 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 So. Äh. Und so. Hä? Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ich weiß es mal nicht. Doch, so. Oh, Glück hat. Es blinkt. Aber ich bin den Part. Und der nächste Part. Machen wir uns dann an den Endgegner und zerstören ihn einfach. Bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.